Was ist die Währungsfrage? Es ist nicht so, dass das ein aus der Verfassungsentwicklung oder politischen Entwicklung abgehobener Gerichtshof wäre, sondern er müsste sich hier viel, viel stärker einbringen, macht er aber nicht. Demgegenüber hat das Deutsche Bundesverfassungsgericht klar gesagt, dass der ESM eine demokratiepolitische, insbesondere verfassungsrechtliche Problematik darstellt, wenn abseits der Budgethoheit des Bundestages über hunderte Milliarden an Haftungen entschieden wird und hat er da eine Grenze eingezogen. Die sieht der österreichische Verfassungsgerichtshof leider nicht. Es überrascht mich nicht, aber es macht die Sache nur bedauerlicher, dass der österreichische Verfassungsgerichtshof sich nicht stärker an der Judikatur des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe orientiert.